Moin Moin zusammen, kurz und knackig, weil viele Leute mich immer fragen, was ist der Unterschied zwischen Fertigungstiefe und Programmbreite oder Produktionsprogrammbreite? Fertigungstiefe beschreibt die Anzahl der Fertigungsstufen, die ein Erzeugnis im eigenen Unternehmen durchläuft. Also du hast eine Fertigung und dann machst du in dieser Fertigung folgendes. Du schneidest das Produkt zurecht, du presst es auch noch, du verschweißt es, du grundierst das Ganze und dann baust du es fertig zusammen und in dein Produkt ein. Und hier wird es die Fertigungstiefe zum Beispiel 5, weil ich 5 Prozesse durchmache. Ich könnte natürlich auch sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf den vorherigen Blödsinn, ich möchte es nur einbauen. Dann hätte ich Fertigungstiefe 1 zum Beispiel. Also bei der Fertigungstiefe handelt es sich nur darum, wie viele Prozesse ich von der Fertigung dieses Produktes innerhalb meines Unternehmens durchführe. Die Produktionsprogrammbreite, das ist was anderes. Und zwar unter der Produktionsprogrammbreite versteht man die Anzahl verschiedener Produktgruppen und Produktarten, auch Produktlinien genannt, die ein Unternehmen herstellt. Also hier geht es nicht darum, wie ich das Auto herstelle, sondern was für Autos ich zum Beispiel anbiete. PKWs, Sportwagen, Transporter oder Boote. Und das ist meine Produktionsprogrammbreite. Wie breit ist mein Produktionsprogramm, was ich im Endeffekt produziere und dann zum Beispiel anbiete. Dieses Restaurant zum Beispiel, das hat sieben verschiedene Produktionsprogramme. Und umso breiter das Ganze ist, umso mehr biete ich einfach an. Aber wenn du den Unterschied nochmal genauer verstehen möchtest, die einzelnen Videos verlinke ich dir jetzt hier. Ziehe dir das nochmal im Detail rein.